Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und für die wiedererwachte Natur nach einem langen Winter. Der Brauch, Eier an Ostern zu färben und mit raffinierten Techniken zu verzieren, ist weit verbreitet und bringt zum Teil wahre Kunstwerke hervor. Eier färben kann mit den entsprechenden Eierfarben von Gobe einfach kinderlich und ein Vergnügen für die ganze Familie sein. Mehr davon ein bisschen später. Ein Vergnügen für die junge Familie ist das Angebot von Gobe rund ums Baby von 0 bis 3 Jahren. Konzentriert an einem Verkaufspunkt finden Sie alle bedeutenden Marken im Baby-Bereich und dazu unsere Kompetenzmarken Naturaplan und Natura-Line. Qualitativ hochstehende Windeln wie die Fixies bürgen für gesunde Haut und sorgen dafür, dass sich das Baby wohlfühlt. Alle Fixies-Windeln sind jetzt nochmals verbessert und weiterentwickelt worden. Bei der neuesten Generation, der Fixies Active Life, hat man vor allem auf das Bewegungsverhalten und die zunehmende Aktivität vom Baby geschaut und ist beim Komfort wieder ein grosser Schritt voraus. Nasse und hautirritierende Stoffe werden sicher eingeschlossen. Genug Luftzirkulation ist immer gewährleistet. Die Fixies Active Life hat einen taillierten Schritt für körpergerechten Sitze. Sie bietet wegen dem höheren Rückenbereich besseren Auslaufschutz und das Baby hat dank der Stretch-Tapes aus textilem Material optimale Bewegungsfreiheit. Fixies Wohlfühlwindeln gibt es auch in der Variante New Life und Active Life Extra Class zu attraktiven Preisen. Auch im Pflegebereich finden Sie in unserem Baby-Rion die neuesten Produkte von bekannten Marken. Daneben hat es die neuen Söckchen und Poden in aktuellen Farben und Sujets. Natürlich alles in Bio-Qualität von Coop Natura-Line. Ebenfalls in Bio-Qualität sind die beliebten Gläschenmahlzeiten für Kinder ab vier Monaten. Die grosse Auswahl an Gemüse-, Früchte- und Fleischmenü wird laufend mit neuen Sorten ergänzt. Das Kind muss also wegen der besseren Qualität nicht auf Abwechslung verzichten. Themawechsel. Am Sonntag in einer Woche ist Ostern und diese wäre ohne gefärbte Eier und ohne Eierdeutsche nicht halb so schön. Bei Coop finden Sie alles zum Färben, Marmorieren, Tupfen, Pinseln oder Zaubern. Und wie das vor sich geht und was dabei rauskommt, sehen Sie am besten gerade selber. Und wie das vor sich geht und wie das vor sich geht. Wunderschöne Eier, wahre Kunstwerke. Kinderlich zum Gestalten, aber auch unbedenklich wegen der Farben. Eine Frage, die unser Konsumentendienst zur Zeit fast täglich beantworten muss. Alle Eierfarben, die bei Coop verkauft werden, entsprechen dem europäischen und natürlich auch dem schweizerischen Lebensmittelgesetz. Diese Farben werden ausschliesslich als Bestandteil hergestellt, die für das Eierfärben erlaubt sind. Und alle Inhaltsstoffe sind wie gewohnt auf der Verpackung deklariert. Auf das Eierfärben muss man also auch weiterhin nicht verzichten. Rund 150 Coop-Restaurants mit 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind jeden Tag auf ihren Besuch vorbereitet. Jetzt ist ein Neues dazu gekommen und das möchten wir Ihnen in einer Woche gerne vorstellen. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.